Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir führen institutionelle Debatten nicht erst seit gestern, woanders, liebe Kolleginnen und Kollegen, sterben die Leute. Ich möchte mal kurz auf die allgemeine Wahrnehmung des afrikanischen Kontinents außerhalb dieses Hauses zugegebenermaßen eingehen. Wenn in Westafrika Ebola ausbricht, bricht in Ostafrika der Tourismus zusammen. Wenn mich jemand anspricht, sagt der Herr Huber, ich freue mich, dass Sie sich für Afrika einsetzen, ein tolles Land. Sag ich, ja, dieser Kontinent hat 54 Länder, aber ansonsten stimmt alles. Dass wir geografisch Afrika sehr nahe liegen, dass es von Dakar nach Djibouti bzw. nach Mombasa siebeneinhalb Stunden Flugzeit ist. Im Vergleich dazu nach Portugal drei Stunden, das fällt den wenigsten Menschen auf. Und wenn es dann heißt, Herr Huber, was sprechen die denn für eine Sprache in Afrika? Dialekte, nicht? Die sprechen Dialekte. Sag ich, ja, sag ich, die sprechen Sprache. Weil in Afrika hat man sich schon untereinander verständigt, bevor die Kolonialmächte aufgetaucht sind. Meine Damen und Herren, es mag provokativ klingen, hier diesen Ansatz bzw. die Analyse an Sie zu kommunizieren, aber das ist die landläufige Wahrnehmung Afrikas. Und wenn wir einmal ganz ehrlich sind, wie wir wirtschaftlich Afrika wahrgenommen haben und wann, das war dann, als die Chinesen kamen. Als die Chinesen kamen, hat es geheißen, oh, auf einmal sind die Chinesen da, was machen denn die Chinesen in Afrika? Und den Chinesen sind die Inder gefolgt, die Brasilianer gefolgt und wenn Sie jetzt schauen, ist auch die Türkei da. Alle Leute sind da. Die Amerikaner sagen, wir beteiligen uns am afrikanischen Boom. Die Chinesen sagen, wir werden eine Billion Kredit in Afrika zur Verfügung stellen. Und da frage ich mich, wo bleiben wir mit all diesen Debatten? Wie ist unsere wahre Größe in Afrika? Ist diese Größe hier, wie wir sie hier im Parlament diskutieren, tatsächlich auf dem Kontinent surreal? Ja, wir wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, um Krisearmut auf dem Kontinent. Aber die wenigsten wissen im Vergleich zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass es in Nigeria zu einem Wirtschaftswachstum von 5,8 Prozent gekommen ist, trotz Ebola bereinigt, Boko Haram bereinigt 5,8 Prozent bei sinkenden Preisen auf dem extraktiven Sektor, sprich aus dem Ölverkauf, von dem das Land zum großen Teil lebt, sprich aus dem nicht extraktiven Sektor, was auf eine Diversifizierung der Wirtschaft hindeutet. Und die Diversifizierung der Wirtschaft ist eines der wichtigsten Elemente, die wir, glaube ich, global in Ländern, die Probleme haben, hinweisen müssen. Ich mache kurz einen Schwenk nach Ostafrika. In Ostafrika, genauer gesagt, in Äthiopien hatten wir 2011 eine Inflationsrate von 40 Prozent. Da können Sie sich, wenn Sie ein bisschen Volkswirtschaftler sind, ausrechnen, was man für Importe zu zahlen hat. Und dieses Land hat binnen kürzester Zeit, heute beträgt zum Beispiel Äthiopien die Inflationsrate 7 Prozent. Ich möchte absichtlich Ihnen mal ein bisschen eine positive Entwicklung in Anbetracht dieser ganzen Krisenszenarien kommunizieren, um Ihnen klarzustellen und klarzumachen, wie wichtig die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder ist. Und wenn wir hier versuchen, Diskussionen lange hinaus zu zögern, denke ich nicht, dass das im Sinne der Afrikaner ist. Ich weiß nicht, welchen Eindruck jetzt hier die malischen Kollegen gewonnen hätten, wenn sie diese Diskussion mitverfolgt hätten über Verfassungsgericht etc. Wir führen hier Grabenkämpfe. Der Kontinent steht unter einem demografischen Druck. Wir werden bis zum Jahre 2050 eine Verdoppelung der Bevölkerungsanzahl haben. Dann sind wir über 2 Milliarden und 50 Prozent. Daher werden die Jugendlichen unter 18 sein. Afrika, was die Investition bzw. das Investitionsklima anbelangt, hat sich stark verbessert, unter den zehn Ländern, die signifikante Verbesserungen erreicht haben, was das Investitionsklima anbelangt. Weltweit sind sieben afrikanische Länder. Ich denke, dass es Zeit ist, hier auch aus diesem Hause nicht nur Meldungen zu senden, was es alles an Afrika und an dem Dialog mit Afrika, sei es wirtschaftlich oder kulturell, auszusetzen ist, sondern dass wir ein Signal auch an die Wirtschaft setzen, dass wir in Afrika aktiv sein können, dass wir erwartet werden und dass wir auch aktiv sein müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie gesagt, der Kontinent steht unter einem massiven ökonomischen Druck. Und wer glaubt, dass es hier nur um die Schale Reis geht, die jeder am Tag hier essen will, dass die Jugend Afrikas sagt, ich bin damit zufrieden, wenn ihr super lebt hier bei euch, alles hip, alles cool und ihr habt super Musik, ihr habt tolle Autos und ihr habt Mädels, die alle gut gekleidet sind. Ich würde mal so sagen, der Mensch funktioniert überall auf der Welt gleich. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, ist ein Spruch, den wir hier kennen und das haben sich auch die afrikanischen Jugendlichen gesagt. Lagos wird 2050 40 Millionen Einwohner haben. Ich war auch mal in Dar es Salaam. Ich kenne die augenblicklichen Zahlen nicht, aber auch da wird sich das verdoppeln. Wir haben den Klimawandel. Wir reden auf der einen Seite über Handelshemmnisse, wir reden über einseitigen Handel, wir reden über die Vorteilung von afrikanischen Ländern, Abbau von Importzöllen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben eine endlose Debatte gehabt über Hühnerschenkel, über Milchpulver und dergleichen. Die Klimaposition. Wenn Sie keine neuen Autos haben in Afrika, wenn Sie nach Afrika gehen, gehen Sie nach Addis Abeba, gehen Sie nach Accra-Ghana oder gehen Sie sonst wohin, dann werden Sie sehen, was da dort ist. Sie brauchen eine Atemmaske, weil die Autos alle alt sind, weil es keine Katalysatoren gibt, weil es nichts gibt, wo Sie dann auf der gleichen Seite sagen können, wir encouragieren die Afrikaner, dass wir den Klimazielen gerecht werden. Wie passt das zusammen? Wenn Sie diese Importzölle, wie wir das ja auch angedacht haben, abbauen, dann haben Sie neue Autos. Und dann können Sie in dieser Stadt wieder frei atmen. Wenn Sie sagen, ja, ja, da können Sie sagen, Herr Huber, gehen Sie, ich gebe Ihnen mal auch Ihr Hühnerschlägelbeispiel, Afrika hat das Problem, dass es keine Energieversorgung gibt. Und wie wollen Sie denn hier mit eingefrorenen Hühnchen, wenn einer vom Supermarkt, Supermarkt generell, ist nicht das Einkaufszentrum in Afrika, es ist umgekehrt. Supermarkt ist das Einkaufszentrum für die Reichen und der Markt ist das Einkaufszentrum für die Normalbevölkerung. Die nehmen ganze Hühner mit, schlachten die daheim und nehmen keine Hühnerschlägel mit, die irgendwo aus China oder aus der Europäischen Union kommen. Meine Damen und Herren, wir hatten die Diskussion auf Südafrika. Südafrika ist ein Produzent von Steinkohle. Wir verbieten den Südafrikanern, beziehungsweise wir haben ein Exportverbot in Bezug auf Steinkohlekraftwerke. Wir sagen, das schadet hier unserem Klima. Das ist richtig, aber die Südafrikaner werden sich eben dann ein Werk holen aus China, was wesentlich billiger ist und was den Umweltstandards wahrscheinlich weniger gerecht wird und zum anderen, wie können wir den Südafrikanern, die an einem eklatanten Energiemangel leiden, wie können wir denen sagen, dass sie solche Kraftwerke und so eine Energiegewinnung nicht herbeiführen sollen, werden wir das tun. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Das Ansehen einer Kultur, das Ansehen von Menschen anderer Hautfarbe hängt auch stark damit zusammen, wie die Performance von Ländern auf ökonomischer Ebene in Bezug auf ökonomischer Ebene ist. Sie haben erlebt, wie junge Menschen, die aus dem asiatischen Raum kommen, aus Indien kommen, aus der Türkei kommen, wie das Selbstbewusstsein in unserem Land gestiegen ist, dadurch, dass auch ihr Ursprungsland sich wirtschaftlich entwickelt hat. Das gilt natürlich auch für die afrikanischstämmige deutsche Bevölkerung. Ich möchte Sie darum bitten, hier den Wirtschaftsdialog mit Afrika nicht zu blockieren, die Entwicklung und das Selbstbewusstsein der Menschen in Afrika und der afrikanischen Diaspora nicht zu blockieren. Entlassen Sie Afrika als Patienten aus dem Krankenhaus. Denken Sie an Ihre Redezeit, bitte. Ich komme zum Ende. Bislang ist Afrika ein Patient, der zwischen Intensivstation und zwischen Freigang im Garten im Begleich eines Arztes zu sehen ist. Afrika will sich wirtschaftlich emanzipieren. Ich denke, wir müssen eine Debatte über wirtschaftliche Kooperation nicht komplizieren. Vielen Dank. Nächste Rednerin zum Thema Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der Westafrikanischen Wirtschaftsunion dem Bundestag zur Abstimmung vorlegen, ist die Rednerin Heike Hänsel für Die Linke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.